Und gleich Gian Ananini, die Hymne dieser Weltmeisterschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Seit dem 9. Lebensjahr leidet sie an Asthma, Gian Ananini. Man hört es nicht. Es soll, es muss eine Eröffnungsfeier werden, ohne allen elektronischen Schnickschnack. Tageslicht, also Leser und ähnliche, inzwischen zum Stand abgehörende Späße fehlen. Das kann der Sache, wie ich finde, nur gut tun.